Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem neuen Live-Kommentary. Ja man, der junge Zocker legt mal wieder los hier auf der geilen Map. Name fällt mir gerade nicht ein. Nennen wir uns einfach mal Flugzeugträger hier und hab geile chillige Waffen dabei. Die M27 und die FHJ18AA. Eine gute Waffenklasse, die ich ja sehr oft schon benutzt habe in einem Gameplay. Warum ich diese Waffenklasse immer benutze? Weil die Waffenklasse einfach eine herrliche Waffenklasse ist, weil sie alles verbindet, was man eigentlich für eine runde Herrschaft braucht. Die meisten nehmen ja Pistolen am Start. Das Problem Leute, die Pistole ist ja eine ganz schöne Waffe, aber wirklich viel Schaden kannst du mit der Waffe wirklich nicht reißen. Ich nehme lieber die FHJ mit, da kann ich wenigstens ankommende Helikoptoren oder was weiß ich, Konterdrohnen oder alles, was so am Himmel rumspielt, einfach mal abknallen. Das ist natürlich eine herrliche Sache. M27 habe ich dabei. Warum? Weil ich die M27 einfach liebe. Sie hat ein Rotpunktvisier, sie hat einen sehr weiten Schuss und sie ist relativ praktisch, muss man so sagen. Und das Design finde ich natürlich optisch sehr ansprechend. Aber ich finde natürlich die Typ M27 auch nicht schlecht, also beide Waffen in meinen Augen sind zwei Favoriten. Du Snipermann, oh, snipe mich da vorne weg. Ja, ihr wisst ja Leute, ich muss euch aber sagen, meine KD ist nicht die beste, das sollte ja eigentlich ja schon mal jeder von euch mitbekommen haben, dass meine KD nicht die größte am Start ist, aber es ist trotzdem hier, wir haben jetzt schon hier zwei Kills gemacht und dreimal gestorben. Also das ist doch, das ist doch eine gute KD, oder eigentlich? Oh, das Schwetschke-Video ist auch schon draußen, ihr wisst, ich wurde verarscht. Könnt gerne mal auf das Video klicken. Bin immer noch ein bisschen baff, also nicht baff, aber dass er, dass er meinen PSN-Freund beleidigt hat als Nigger, das ist natürlich schon sehr hart. Ja, das Schwetschke, du musst dich gar nicht mehr bei mir melden, weil das ist ein sehr asoziales Verhalten. Das will ich nochmal hier anwählen im Video, was du getan hast, war sehr schlimm. Gut. So Leute, es ist jetzt erreicht, über 80 Abos habe ich am Start und die Abozahl geht nach oben, Mann. Finde ich echt geil, Mann. Und ich spreche heute mal ein bisschen näher ans Mikrofon, weil viele Leute haben gesagt, hey, ich habe ein iPad am Start, aber das ist noch ein bisschen, muss ich mal voll aufdrehen, Mann, da hört man kaum was. So, Synchron habt ihr ein bisschen lauteren Sound jetzt auf eurem iPad. Mann, ich verstehe das nicht. Wenn ihr es euch auf dem Handy anguckt, habt ihr eigentlich einen richtig lauten Sound, aber irgendwie funktioniert das ja noch nicht mit dem Sound hier, aber trotzdem ist das ein geiles Gameplay, was ich hier jetzt spielt habe. Habt noch nichts, das spielt hier, keine Drohne, noch nichts am Start. So, jetzt pass auf. Oh. Ah, der Wächter, der war auch schon am Start. Leute, wir haben noch eine Minute 26 zu zocken und haben es auch gleich schon geschafft. So, ich join hier mal weiter nach unten in der KD-Liste. Eine Drohne, eine Drohne ist immer gut. Ja, das hätte ich doch eigentlich reißen sollen hier. Leute, ich reiß heute nichts mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ein Kill muss noch gemacht werden und dann ist das Ganze vorbei. Und ich werde wahrscheinlich in der Killcam wieder sein. Aber lasse ich nicht zu, dass ich jetzt hier in der feindlichen Killcam am Stand bin. 66 zu 76, Leute. Eine gute KD heute am Start hier. Der Wächter. Ah, dieses Ultraschallteil, das ist auch eine ganz gefährliche Sache. 44 Sekunden, 44 Sekunden haben wir noch. Die Spannung steigt, vielleicht können wir hier noch eine gute KD hinhauen. 72 zu 80. Vielleicht reißen wir den Sieg hier auf der Map. Das wäre wirklich das Wunder vom Flugzeugträger am Start hier. So. Was hat der am Start? Eine Sniper. Na toll. Wenn ich den jetzt gekillt hätte, hätten wir das Ding so gut wie gewonnen. Ja, sicher mal C. Yo. Auf jeden Fall. Hau rein. Haben den Kill noch geholt. Guckt euch den Camper an. Guckt euch den Camper an. Leute, das war das kleine Video. Wir schauen uns noch die letzte Killcam an. Und ich hoffe, es hat euch auch einfach gefallen, Mann. Und haut einfach rein, Mann. Wir sehen uns im nächsten Video. Und... Ciao.